Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Leute, was ist mit dem Bitcoin passiert? Wir sind bis auf 18.500 US-Dollar gefallen. Werden wir jetzt noch eine weitere Korrektur sehen? Das Ganze besprechen wir heute in diesem Video, denn es gibt noch eine interessante On-Chain-Analyse, die ich mit euch teilen möchte. Also wie gesagt, bleibt unbedingt bis zum Ende dran und Glückwunsch an alle diejenigen, die mein letztes Video gesehen haben und dieses Symmetrical Triangle hier getradet haben. Dies ist erfolgreich ausgebrochen nach unten, genau so wie wir es erwartet hatten, denn es war ein Continuation-Pattern. Das heißt, wir kommen aus einem Downtrend hier rein und brechen hier gewöhnlicherweise weiter nach unten aus. Das war das, was abzusehen war, auch aufgrund der Miner-Kapitulation, die wir uns hier angeschaut hatten. Das schauen wir uns auch nochmal kurz an. Genau, das hatten wir im letzten Video ebenfalls besprochen, dass circa 4.500 Bitcoins hier von Minern an Exchanges geflossen sind und was war daraufhin zu erwarten? Warum werden diese Bitcoins von den Minern an die Exchanges geschickt? Natürlich, um diese Gewinne zu realisieren, um die laufenden Kosten zum Beispiel zu decken. Und dementsprechend haben wir hier das Preisziel erstmal erreicht. Doch wie geht es jetzt weiter? Das Ganze wird jetzt sehr, sehr interessant. Und für alle diejenigen, die ebenfalls aktiv traden, in meiner Videobeschreibung findet ihr den Link zu BitGet und zu Femax. Es gibt einen Bonus insgesamt von bis zu 8.553 US-Dollar. Zusätzlich noch auch bei BitGet gibt es noch eine verringerte Gebühr von 15% mit meinem Link. Also lasst euch dies nicht entgehen. Wir starten jetzt aber direkt mit der Analyse, denn es wird jetzt momentan extrem interessant, denn Bitcoin ist momentan an einer sehr, sehr wichtigen Zone. Wir haben uns ja hier jetzt erstmal den 4-Stunden-Chart angeschaut. Auf den kleineren Timeframes passiert jetzt wirklich erstmal nicht viel. Ich habe mir vorhin auch schon den 1-Stunden-Timeframe angeschaut und da bildet sich auch erstmal nichts. Es sieht so aus, als würden wir jetzt diesen Support hier in der Region von 18.500 bis 18.700 US-Dollar halten. Dafür switchen wir hier einmal auf unseren Daily Chart, denn hier haben wir ebenfalls dieses Pattern, was wir hier schon seit längerer Zeit hier besprechen. Dieses Ascending Right Angle Broadening Wedge spielt sich hier weiter ab und Bitcoin ist hier genau auf diesen Support gekommen und dieser Support hat hier auch perfekt gehalten, denn dies hatten wir ebenfalls besprochen, dass wir hier an dieser roten Box einen sehr, sehr starken Support haben und ich hatte euch schon an diesen Zonen hier gesagt, dass wir hier noch Potenzial zur Downside haben, da wir hier noch nicht diesen Support erreicht haben. Jetzt ist natürlich das Interessante, wird dieser Support halten, denn diese rote Zone hier wird extrem wichtig für den Bitcoin. Warum das Ganze? Wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, ist das Ascending Right Angle Broadening Wedge ein bearisches Pattern. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier einen Breakout nach unten sehen, ist höher, als dass wir hier nochmal einen Breakout nach oben sehen. Und das Ganze könnte sich jetzt nämlich ausspielen. Das heißt, dieser Support ist meiner Meinung nach jetzt extrem wichtig. Natürlich, wenn wir diesen Support halten, können wir hier nochmal einen schönen Bounce nach oben sehen, denn wie wir hier sehen, jedes Mal, wenn wir diesen Support angetestet haben, haben wir in der Regel einen Bounce nach oben gesehen. Das heißt, hier ist meiner Meinung nach die Entscheidungszone. Und was würde ich jetzt hier genau machen? Was kann man hier machen? Man kann hier gegebenenfalls eine Long-Position eröffnen mit einem geringen Hebel, denn wir haben noch Platz zur Downside nach unten. Das zeige ich euch gleich nochmal auf unserer Whale Map. Sonst, mit Short-Position wäre ich hier jetzt sehr, sehr vorsichtig, da wir hier ja einen Support haben und wir hier die Gefahr haben, dass wir nochmal hier bouncen könnten. Also seid hier vorsichtig mit größeren Hebeln. Sollten wir hier einen Breakout nach unten sehen, ist mein persönliches Preisziel in der Region von 16.500 US-Dollar nochmal, denn das Ganze sehen wir hier auch sehr schön auf dieser Whale Map. Das heißt, diese Whale Map ist eine On-Chain-Analyse. Hier sieht man, welche Zonen hier extrem wichtig sind. Und ich hatte euch gesagt, die 19.000 US-Dollar-Zone ist eine extrem wichtige Zone, denn dort sehen wir sehr viel Kaufkraft. Diese Zone wurde jetzt nach unten hindurchbrochen. Das heißt, wenn diese Zone nach unten hindurchbrochen wird, haben wir volumentechnisch von den Whalen erstmal eine Gap. Das heißt, hier haben wir eine Gap, einen Hohlraum und hier könnten wir nochmal eine weitere Korrektur sehen. Die nächste Kaufzone von den Whalen ist hier in der Region von 16.500 US-Dollar und dementsprechend könnten wir dort auch den nächsten Support erwarten, wenn wir es natürlich nicht schaffen, hier jetzt zügig über die 19.000 US-Dollar zu kommen. Deshalb, dieser Support ist meiner Meinung nach unser Key-Level, also diese rote Box. Man kann ja niemals exakt von einem Preis genau sprechen beim Bitcoin, wo man einen Support hat. Das ist meine Meinung, deshalb male ich hier gerne Boxen ein. Diese Box geht hier von 18.500 bis ca. 19.100 US-Dollar. Also diese Zone ebenfalls extrem wichtig hier, meiner Meinung nach, für den Bitcoin. Schauen wir uns hier nochmal den Weekly an, was muss denn bis jetzt erstmal passieren, damit wir einen Reversal sehen. Wir müssen erstmal diese abfallende Widerstandslinie, die wir hier haben, nach oben hindurchbrechen. Ebenfalls müssen wir es auch schaffen, die 200er Weekly Moving Average, die jetzt in etwa bei 23.400 US-Dollar liegt, diese ebenfalls nach oben hin zu durchbrechen und hier definitiv einen Support zu finden. Wir haben ja hier einen Breakout gesehen, allerdings sehen wir, mit der nächsten Weekly Candle wurden wir hier von der abfallenden Widerstandslinie hier rejected und sind daraufhin weiter korrigiert. Das heißt, für ein bullisches Reversal würde ich hier definitiv auf dem Weekly Chart sehen wollen, dass wir es schaffen, diesen abfallenden Widerstand nach oben hin zu durchbrechen. So, das war es auch schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und einen Kommentar freuen. Und Leute, nicht zu vergessen, mit meinen Links bekommt ihr hier nochmal einen Bonus von bis zu 8.553 US-Dollar und für alle diejenigen, die mit meinen Links schon bereits registriert sind oder sich registrieren, für die gibt es ebenfalls noch bald eine sehr, sehr interessante Überraschung. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, bleibt alle gesund und bis morgen.